Hey und willkommen zu einem neuen Video und heute möchte ich mal mit einem neuen Game anfangen, was ich zocken möchte, nämlich Surviving Mars. In diesem Spiel geht es darum, eine eigene Kolonie auf dem Mars aufzubauen, so wie es eventuell vielleicht auch in echt in der Zukunft passieren wird. Und wir werden dort mit einer Rakete landen und dort werden dann Drohnen und Rover rausfahren, mit denen wir die Ressourcen des Planeten nutzen, um auch schon mal die ersten Versorgungssachen zu bauen. Später werden dort die Menschen in großen Glaskuppeln leben. Dort wird es Häuser geben, Restaurants, Lebensmittelläden, vieles mehr. Sie werden dort als Forscher arbeiten, als Geologen, vieles mehr. Wir werden uns um Stromproduktion kümmern müssen, Metalle abbauen, unterirdisches Wasser fördern, unterirdische Edelmetalle fördern und vieles, vieles mehr. Wir bauen also eine komplett eigene Zivilisation auf dem Planeten Mars auf. Das ist, naja, was heißt, relativ realistisch gehalten, aber so wie es halt sein könnte. Wahnsinnig cool. Ich habe das so toll bereits durchgespielt, hat über eine Stunde gedauert. Ich glaube, ich kenne einigermaßen die Basics. Und dann würde ich mal sagen, legen wir mal los, indem wir einfach mal ein neues Spiel starten. So, das waren die wichtigsten Infos am Anfang. Hier sind ein paar Standardsachen, die die Mission betreffen. Die ist aber ansonsten am Anfang immer gleich. Schwierigkeitsraufsagen 120 Prozent, täte mich ein bisschen, aber hier unten steht dennoch, Schwierigkeitsgrad sehr einfach. Wir haben 30 Milliarden Dollar am Anfang. Entsprechende Rakete, die 70 Tonnen fliegen kann. Das ist in etwa, ja, so wie Space-Ex-Rakete, beziehungsweise die Heavy Falcon kann so viel und Starship sollte irgendwie 100 Tonnen dann liefern. Bin mir nicht ganz sicher. Wir gehen mal auf Weiter. Hier sieht man nochmal die Rakete, mit der wir dann, ja, praktisch zum Mars hinfliegen. Die ist auch bereits schon gefüllt. Man kann hier, glaube ich, ein kleines bisschen noch variieren, indem man Sachen wegwirft und dafür andere Sachen hinzunimmt. Und hier, so eine Drohne kostet 30 Millionen Dollar, allein um die zu bauen. Holy moly. Zunächst mal die Geldmittel. Ich habe jetzt noch 26,6 Milliarden Dollar übrig. Das heißt, alles andere sind die ersten Rakete, die Millionen, Hunderten, Millionen von Dollar, die hier drin stecken. Dann gehe ich mal auf Weiter und das Spiel sollte starten. Wir müssen uns jetzt am Anfang noch einen Standort für unsere Kolonie auswählen. Und da kann man jetzt hier verschiedene Punkte auf dem Mars sich aussuchen, wo man landen möchte. Und man sieht hier unten die Verteilung, also Bedrohungen und Ressourcen. Ich würde halt gerne dafür sorgen, dass ich jetzt vielleicht am Anfang, auch als Anfänger, mal möglichst wenig Bedrohung habe. Denn Staubteufe, Staubstürme, Meteoriten und so beschädigen natürlich die eigenen Anlagen. Und das ist ein bisschen schwierig. Und hier auf Elysium Alpha ist ja die Bedrohung erstmal ein bisschen niedrig. Und Metalle, Beton und Wasser sind recht hoch. Hier ist sogar noch ein bisschen mehr Metall. Allerdings ist auch hier die Topografie abschüssig. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Komm, wir landen mal auf Elysium Beta. Und dann kann man auch zufällig was auswählen. Start! Und dann schauen wir mal, wo wir landen. Und wir werden jetzt unsere eigene Mars-Kolonie aufbauen. Ihr könnt das Spiel übrigens für 30 Euro im Epic Store kaufen. Wer das möchte, im Falle des Falles, ihr könnt auch den Creator-Code Spark of Phoenix YouTube eingeben. Ich benutze den nicht oft, weil ich ja sonst nie andere Spiele habe. Aber wenn es euch interessiert und dann mit dem Gedanken, Spiel euch das holen zu wollen, würde mich freuen, wenn ihr den mit eintragt. Dann geht es auch schon los. Willkommen auf dem Mars-Kommandant. Die Einsatzleitung kann es kaum erwarten, dass die Rakete landet und ihre wertvolle Fracht auslädt. Soweit, so gut. Dann haben wir jetzt hier einmal eine Übersicht von diesem Sektor, den wir ausgewählt haben. Beziehungsweise eine Übersicht von der Fläche, die wir ausgewählt haben. Das sind mehrere Sektoren unterteilt. Und wir müssen halt jetzt gucken, einer ist davon bereits gescannt. Das heißt, hier können wir, wenn dann, im Falle des Falles landen. Und wir haben halt auch die Sicht von oben sozusagen. Ja, und wir suchen uns jetzt eine wunderbare Fläche aus. Also generell Steuerung ist, wir können hier überall dann hin und her fahren. Wir haben aber jetzt keinen Spieler oder keine Figur, die sich hier drauf bewegt. Und die Sache ist auch die, wir müssen uns jetzt hier einen Fleck aussuchen, der bereits gescannt ist. Ja, also wenn ich mal auf die Karte zurückgehe. Ich kann jetzt nicht außerhalb in einem nicht gescannten Bereich landen. Das heißt, ich würde sagen, wir landen die Rakete einfach mal hier in dieser kleinen Fläche oder so drin. So, dass es hier so vielleicht in dem Bereich ist. Status, alles Bereich. Dann können wir das hier platzieren. So, jetzt müsste gleich die Rakete runterkommen. Und dazu fahren wir doch einfach auch mal an die entsprechende Stelle und beobachten das. Ich finde, die Steuerung ist ein bisschen schwerer als in Minecraft, weil ich immer nur so eine Axt rumortieren kann. Vielleicht werde ich das aber noch irgendwie rauskriegen oder so. Kann ich irgendwie nach oben nochmal gucken? Kriegen wir das hin? Ja, wir kriegen das hin mit der freien Kamera. Und jetzt kommt die Rakete runter und landet bei uns auf dem Planeten. Hier wird auch einmal angezeigt, grob, wo sie dann landet. Es gibt so einen kleinen Indicator. Okay. Sehr schön. Und jetzt geht hier die Klappe auf. Und da fahren die Rover raus. Haben wir vorne einen. Es gibt verschiedene Rover, die verschiedene Sachen können. Transporter, Kommando und Erkunder. Ja, da werden wir auch noch zu kommen. Und hier kommen jetzt die Drohnen rausgefahren. Da vorne war auch schon welche drin in dem Rover. Ja, da kommen die Drohnen raus. Sieht 30 Millionen Dollar Drohnen. Kommen wir rausgefahren. Soweit so gut. Und die haben jetzt theoretisch hier was zu tun. Wie sehen die Dinger denn aus hier? Die haben hinten so einen Kasten drauf. Und da können die Sachen reinfüllen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal aus diesem Modus hier raus. Und steuern jetzt so ein bisschen die Drohnen. Also ich habe die Ansicht immer von oben, dass wir die gut steuern können. Zunächst mal. Ja, oh, jetzt bin ich mal ganz rausgesumt. Zunächst mal drücken wir natürlich wieder Play. Und wir gucken mal, wie wir jetzt hier starten werden. Nämlich, ich würde sagen, pass auf, hier oben sehen wir die Ressourcen. Metall, Beton, Nahrung und Edelmetalle. Das sind so im Wesentlichen die Ressourcen. Und es gibt noch ein paar andere Sachen wie Polymere, Maschinenteile, Treibstoff und elektronische Geräte. Einen Teil davon haben wir schon mitgebracht von der Erde. Die waren in unserer Standardlieferung mit drin. Ein paar Sachen, die auch ein bisschen komplizierter herzustellen sind. Die können wir jetzt noch nicht hier direkt abbauen. Dafür müssen wir erst Fertigungen, alles Mögliche machen. Wir können diese Rakete hier wieder auftanken und zur Erde schicken. Und dann können die uns neue Sachen liefern. Aber fangen wir erstmal mal das Simplen an. Übrigens im Baumenü. Wir gehen mal ran und bauen ein kleines Lager. Hier unten haben wir jetzt praktisch immer die Auswahl. Infrastruktur, Strom, Produktion, Lebenserhaltung, Lager, Kuppeln und so weiter und so fort. Und beim Lager brauchen wir so ein kleines Universallager. Das setzen wir dann einfach mal hier so in die Ecke rein, würde ich sagen. Und dann würden jetzt hier die Drohnen bereits anfangen. Die fahren jetzt erstmal da rein und laden das aus, was hier mitgeliefert wurde. Das sind die Polymere, die ganzen elektrischen Teile und sowas, die wir da benötigen. Und die fahren jetzt einfach mal raus. Oh, die Sonne, die knallt hier auch schon ziemlich rein. Genau, die fahren die raus und liefern die erstmal hier zur Seite. So, das ist praktisch ein Lagerplatz, den wir jetzt gesetzt haben. Ein Universallager. Wir hatten auch schon die Materialien dabei, um das zu bauen. Das ist ganz gut. Und wenn die die jetzt rausgeliefert haben, müssten die eigentlich Folgendes machen. Die Drohnen funktionieren automatisch. Also auch ohne, ich rukele das so ein bisschen, auch ohne, dass ich denen Aufgaben zuweise. Wenn es jetzt nichts mehr zum Ausliefern gibt, müssten die eigentlich auch schon loslegen und anfangen, so einige Ressourcen abzubauen. Also beispielsweise hier, hier ist ein Metallvorkommen. Das liegt direkt hinter dem Lager. Und die müssen jetzt gleich automatisch hier hinfahren und das schon mit einsammeln. So, und ich glaube, jetzt haben sie erstmal hier den letzten Resten auch mit rausgenommen. Ich kann das gerade nicht einschätzen, wie viel da gelagert wurde. Aber wir können draufklicken. Wir haben ja 15 von jeder Sorte. Da müssen wir noch ein bisschen transportieren. Ich kann auch die Zeit ein bisschen übrigens verschnellern, im Falle des Falles, wenn die das schneller machen sollen. Also man kann zweifache Geschwindigkeit machen. Das ist halt für Aufgaben, die sehr, sehr lang brauchen, damit man die Spielzeit erhöhen kann, weil es jetzt nicht der Sinn von dem Game ist, die Zeit sinnlos abzusitzen. Man kann auch fünffaches Tempo machen, dann sind die nochmals schneller. Und jetzt lagern die hier sämtliche Sachen aus. Wir können das immer so ein bisschen variieren. Wenn wir schnelles Tempo brauchen, dann speeden wir ein bisschen ab. Und wenn wir langsames brauchen, dann können wir wieder ein bisschen runterstellen. So, und jetzt fahren die schon vorbei. Und die haben jetzt hier alles abgelagert auf dem Ding. Und dann fahren die direkt weiter zu den Metallvorkommen. Und dann klappen die sich hinten auf und fangen automatisch an, Ressourcen abzubauen. Wie so eine komplett automatisierte Drohne. Und das ist eigentlich echt nice. Und dann schlagern die auch hier schon Metall. Ich glaube, wir haben relativ viel Metall im Umkreis. Und ich kann auch mal den Transporter-Rover losschicken. Das müsste dieser ja sein. Genau, ferngesteuerte Transporter. Den kann ich ebenfalls rumfahren lassen, wie ihr sehen könnt. Kann ich auch mit Mausklick steuern. Aber ich kann ihm auch eine Aufgabe geben. Hier liegt auch nochmal ein Metallvorkommen. Mache ich mal rechtsklick drauf. Ressourcen sammeln. Dann fährt er da auch hin von alleine. Und müsste das eigentlich jetzt einsammeln. Er sammelt mal die Ressourcen ein. Genau, dann scannt er das jetzt so. Und er lädt auf. Und auch wenn ich hier die Geschwindigkeit erhöhe, dann kann er an der Oberfläche liegendes Metall, seht ihr hier, in Form von Barren aufladen. Das lädt er sich auf die Ladefläche. Das ist ganz nice. Das dauert jetzt dann auch wieder ein kleines Momentchen. Der hat aber noch keine Aufgabe, wo es hinbringen soll. Das muss ich ihm dann sagen. Und ich glaube auch hier vorne der Speicher von dem Metall, der ist voll. Genau 30 von 30. Die haben jetzt hier gar nicht mehr weiter abgebaut. Es wird auch gerade Nacht schon, wie ihr sehen könnt. Die Tage vergehen, auch wenn ich hier ein bisschen hochspeede, dann vergehen die Tage extrem schnell. Ein Tag auf dem Mars entspricht etwa 25 Stunden auf der Erde. Und ja, ich habe die ganze Zeit 5-Fahrer-Geschwindigkeit gehabt. Und jetzt ist schon tatsächlich relativ duster hier. Da hinten, die Drohnen haben alle Scheinwerfer. Auch die Rover haben Scheinwerfer. Und der hier hinten ist noch fleißig am Einsammeln. Den können wir mal so belasten. Ich würde aber Folgendes vorschlagen. Und zwar, wir können nochmal, einfach weil wir keinen Platz mehr haben für Metall, ein Depot aufbauen. Da gibt es verschiedene Depots, die verschiedene Sachen lagern können. Wir fangen an mit dem Metall-Depot. Da passen 180 Metall drauf. Und die 35 hier vorne sind ja schon viel zu voll. Der Rover hat auch schon wieder welche drin. Ich kann die gar nicht alle lagern gerade. Und dann würde ich sagen, lass doch nochmal ein Metall-Depot hier irgendwo mit dazu packen. Einfach mal. Also man hat immer so eine Ansicht, wo man dann die Gebäude setzen kann. Ich würde sagen, Metall-Depot, hauen wir es mal hier hin. So, und wenn wir jetzt ein Metall-Depot haben, dann sehen die Drohnen, okay, ich habe theoretisch eine Aufgabe, die wir erledigen können. Und dann fahren die hin zur nächsten Metallquelle und bauen die automatisch ab. Und die fahren jetzt gerade alle hin. Sehr schön. So, der Rover hinten. Okay, der hat das alles eingesammelt. Dann gehe ich auch mal drauf auf Ressourcen entladen und klicke auf das Metall-Depot und dann entlädt er die Ressourcen da drauf automatisch jetzt. Der hat halt jetzt keine automatischen Aufgaben. Die müssen wir selbst ihm zuweisen. Man kann aber eine Transportroute festlegen, dass man sagt, okay, fahr immer von da nach da. Also bringen wir es von einem Lager zum nächsten. Dann macht das die ganze Zeit automatisch, bis da nichts mehr da ist. So, und die Drohnen hier oben bei Nacht, ja, komm her mit dem Metall. Ich werde übrigens auch heute im Livestream wahrscheinlich ein bisschen weiter aufnehmen. Falls ihr Zeiten Lust habt, schaut vorbei. Gegen 19 Uhr plus minus geht es wieder los. Am besten dem Kanal auf Twitch folgen. Dann richte auch sowieso immer Bescheid, wenn der Stream startet. Ja, dann vielleicht bis später. So, und darauf bauen wir uns jetzt ganz entspannt. Langsam auf, würde ich sagen. Ja, wir können natürlich immer hier Perspektiven drehen. Die Rakete brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Die können wir dann auch später wieder losschicken. Wir müssen sie aber auftanken. Und dafür brauchen wir eine Treibstoffproduktion. Das dauert aber noch, weil so schnell kommen wir da nicht hin. Für den Anfang, es gibt ja noch eine andere Grundressource. Wir haben ja jetzt hier Metall gefarmt. Das passt. Leute, wir schauen mal nach hier drüben. Hier seht ihr auf jeden Fall eine Anzeige in einem Beton vorkommen. Das kann man auch wegmachen, diese Anzeigen, sodass diese leuchtenden Symbole wechseln. Standardmäßig sind die drin. Ich weiß nicht mehr, welche Taste das jetzt war. Und da gibt es 3.114 Beton drin. Qualität durchschnittlich. Und wir können jetzt hier auch die Drohnen ein neues Gebäude bauen lassen. Und zwar bei Infrastruktur, nee, warte, Produktion. Und dann einen Betonextraktor. So, und diesen Betonextraktor, den können wir jetzt irgendwie hier draufsetzen. Und zwar da, wo so ein Vorkommen ist, würde ich sagen, vielleicht so ein bisschen weit, wie es geht, nur hier so hin. Da habe ich es einfach mal draufgeklickt. Und dann wird dir jetzt erstmal hier die Grundstruktur vorgestellt, ja. Und hier kommen jetzt gleich auch die Drohnen angefahren und liefern die Ressourcen. Also ich konnte es schon bauen. Jetzt kommt hier die Drohne angefahren. Ja, hat Metall dabei. Und die legt uns erstmal hier rein, genau. Und wenn die Bauressourcen alle da sind, auf dieser kleinen Fläche, dann fangen die Drohnen an, das komplette Gebäude zusammenzubauen. Hier sind auch Maschinenteile, zwei Stück und Metalle brauchen wir fünf. Die Gebäude sind recht günstig, sage ich jetzt mal so. Aber man wird ja auch später, also hier hört sich zumindest auch jetzt recht günstig an, wir würden sie noch weiter schon am abbauen. Man wird ja später dann, nur um es mal in Perspektive zu setzen, ich bin gerade in diesem ganz kleinen Sektor hier drin. Man wird ja hier überall dann wahrscheinlich was am Bauen und am Laufen haben. Das ist ja die Sache. So, und da kann man halt von der ganz so großen Übersicht da ganz gut runtergucken. Dann würde ich sagen, die Drohne baut jetzt, ja, sie baut hier diese, den Beton zusammen. Kann ich ein bisschen verschnellern. Das ist jetzt, dass es recht fix geht. Oh yes, oh yes. Das Gebäude auch schon fertiggestellt. Und ja, hier vorne ist so eine Walze drauf. Und die Walze geht jetzt über die Oberfläche und kratzt diesen Beton hier ab. Und da müssen wir noch gucken, die funktioniert so noch nicht. Wenn wir das raussuchen, wir müssen jetzt oben draufstehen. Genau, sie braucht Strom, Energie, damit sie hier steht. Und ihr seht auch hier den Einflussbereich. In diesem Bereich wird jetzt hier abgebaut. Wir können dann noch eine weitere Sätze, die nachher unten mal geht und man vielleicht mal einen hier oben abbaut. Da sind ja wahnsinnig viel Beton, was hier drauf ist. Nicht genügend Strom. Tja, wir müssen Strom produzieren. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Wir können jetzt auch wieder auf das Bauminü gehen und auf die Strom-Tab. Wir können einen Sonnenkollektor machen, also einen kleiner, einen großer. Der große kostet drei Metall, die Wartung ein Metall, Standardproduktion fünf Strom. Aber der produziert auch nur am Tag. Das ist die Sache. Und ich glaube, wir brauchen am besten gleich den großen, weil ich sehe jetzt keinen Vorteil, den kleinen zu machen. Wir können Windrad machen. Wir können auch ein großes Windrad machen. Aber für die Windräder brauchen wir Beton. Das können wir uns nicht leisten. Da haben wir nichts von. Dann gibt es hier solche Sachen wie Sterling-Generatoren, fortgeschrittener Sterling-Generator. Da braucht man vorgefertigte Fertigbauten. Die muss man mit der Rakete liefern lassen. Die können wir hier noch nicht erstellen. Wir haben Stromspeicher, ein Kabel und einen Stromschalter, um meinetwegen Sachen auszuschalten. Wir machen mal ein großes, ein ganz, ganz großes Solarpanel. Packe ich einfach mal hier so unten drunter. Und das müsste ausreichen, um das Ding zu bepowern. Genau. Und dann lassen wir die Drohnen auch mal ranfahren. Wir haben jetzt den Bauauftrag bekommen, dass es hier vorne was gibt. Und die ist auch schon fleißig dran, das Ding zu bauen. Und es ist auch schon fertig. Jo, das klappt sich auf und dreht sich direkt zur Sonne hin. Können wir machen. Und weil das direkt daneben gebaut wurde, fängt jetzt praktisch an, diese Betonmaschine schon jetzt hier zu arbeiten. Und hier seht ihr das kleine Stromkabel, was den Sonnenkollektor mit der Betonmaschine verbunden hat. Ich finde, das sieht so wahnsinnig krass aus. Ich kann es auch hier nochmal beschleunigen. Hier sieht es, wie das Ding arbeitet. Erstmal ein bisschen Beton produziert. Ja, das fährt hier so drüber und kratzt die Oberfläche so Stück für Stück ab. Und dann wird man auch eine Vertiefung mit der Zeit sehen, dass sich diese Rolle in die Tiefe arbeitet und dann runter geht. Das ist an sich echt nice. Ja, vom Metall sieht ganz gut aus. Wir haben auch zwei Beton jetzt schon fertig. Das heißt, mit diesen zwei Beton. Die Maschine müsste das hier hinten rausliefern. Genau, da kommt jetzt auch hier vielleicht eventuell eine Drohne an, kann das dann weiterliefern oder weiterverarbeiten. Aktuell ist gespeichert 1,1 von 20. Und ich glaube, eine Drohne ist auch schon losgegangen und hat den Beton jetzt nach hier hinten geliefert. Ja, hier vorne wird aufgestapelt, das Universallager. Wir können uns dementsprechend auch hier dann neben unserem Metalllager, wo der Rover hier auch schon fleißig dran war, können wir uns noch weitere Depots dann errichten. Müssten wir mal schauen. So, und am besten hat man es halt auch von der Übersicht hier oben, dass man die Sachen so ganz gut steuern kann. Ich würde aber dennoch versuchen, mal ein bisschen ranzuzoomen, die Sachen noch visuell zu sehen. Das ist vielleicht ganz schön für das Let's Play. Und dann im nächsten Schritt, wenn wir erst mal die Betonproduktion haben, müssten wir vielleicht mal noch was weiteres machen. Die Frage ist sowieso folgendes. Wir können ja nur tagsüber Strom jetzt produzieren. Wenn es dunkel wird, dann wird die Produktion hier erlahmen, weil wir sind ja abhängig vom Sonnenstand und die Sonne. Die geht jetzt erst mal hier oben lang und das Volatpennel dreht sich immer in die richtige Richtung. Und idealerweise müssten wir noch ein Windrad jetzt bauen, damit auch die Betonproduktion nachts läuft. Und das kann ich dann, naja, idealerweise einmal dahinter stellen, so. Und auch einen Auftrag geben, dann müsste ich das auch mit einem Kabel verbinden bis nach hier vorne. Dann müssen wir keine extra Stromkabel verlegen. Die Stromkabel, die wir verlegen, die sind auch richtig dick und belegen auch, da kannst du kein Gebäude draufsetzen, weil die, naja, wie so Rohre sind, die über die Oberfläche gehen. Aber auch das hier würde ich gerne mal beschleunigen. Ja, also Beton haben wir ja jetzt. Dann schmeißen wir hier das Windrad an, damit wir jetzt auch Nacht Saft haben. Und dann gibt es auch Zufallsereignisse, die kommen anscheinend jetzt gerade. Ein Erbstück. Du hast ein seltsames Päckchen erhalten, als du den beigefügten Brief liegst, fühlen sich deine Augen mit Tränen. Er informiert dich, dass dein alter Freund und Lehrer, Professor Richtmann, unlängst verstorben ist. Du hast ihn oft aus seiner Reisenexition begleitet und viele Aspekte der Wissenschaftsphilosophie mit ihm diskutiert. Die Kiste enthält durch ein Passwort aus drei Buchstaben geschützten Nachlass eine Notiz. Du wirst es wissen. Okay. TDA schaltet die bahnbrechende Technologie SuperPS frei. PAK schaltet die bahnbrechende Technologien hochwertige Kabel hochwertige Rohre frei. EZEB schaltet die bahnbrechende Technologie Plasma-Rakete frei. Und AFD schaltet die bahnbrechende Nano-Verbesserung frei. Ja, also wir kriegen hier tatsächlich mit dem Zufallsereignis was. Dann Plasma-Rakete hört sich ja wahnsinnig cool an. Ich weiß aber nicht was, was Superpilz ich kenne die Technologien halt nicht, weil ich halt ein Bob bin. Ich weiß nicht, ob Nano-Verbesserung gut ist. Rakete hochwertige Kabel hochwertige Rohre Superpilz ich habe keine Ahnung ich nehme random Superpilz einfach, weil ich mich an Minecraft Dungeons ändert fühle. So, Erbstück. Die Zahnräder geben einem mechanischen Klick nach. Du weißt, was du mir dann finden wirst. Und dennoch bist du für diese letzte Geste der Liebe des Wobolns dankbar. Die Transgenetik der Hefe war die letzte Arbeit, die Professor nachts wachgehalten hat. Okay. Ja. Vollständige Theorie bereit, umgesetzt zu werden zusammen mit Kospa und Maskotchen mit kleinen Teddybär. Ich habe Technologie Superpilz freigeschaltet. Zunächst mal lass mal kurz das Windrad noch bauen. Das ist jetzt bin ich gerade mitten unterbrochen worden hier. Die Drohne lassen wir das Windrad machen. Besten Dank, das dreht sich jetzt auch. Und das war schon mal nice. Jetzt habe ich auch hier Kabel verbunden. Und selbst wenn die Sonne jetzt untergegangen ist, ihr seht, der Himmel ist jetzt dunkel und das Solarpanel eigentlich keine Energie mehr liefern sollte. Selbst dann haben wir noch Energie, weil der Wind halt hier Tag-Nacht weht und das Windrad uns damit versorgt. Okay. So, die Lichter gehen jetzt auch alle wieder an. Jetzt folgendes zum Thema Technologien. Das ist auch schon wieder so ein kleiner Vorgriff gewesen. Ich wollte ein bisschen langsam starten. Wir haben hier ein Forschungsmenü und Superpilz war jetzt das hier vorne. Upgrade für Pilzfarmen. Die Produktion sowie der Sauerstoffverbrauch werden erhöht. Ja, moin. Sorge gesehen waren Unfälle mit Pilzen. Forschen aber selten ein Grund zum Feiern. Noch kürzlich sind durch einen Missgeschick im Labor neue Pilzsorten rausgekommen. Okay. Ja gut, das erhöht halt die Nahrungsproduktion. Ich dachte, das wäre vielleicht noch was anderes, aber ich hatte keine Ahnung. Hier gibt es ein Forschungsmenü, wo man verschiedene Sachen auch erforschen kann, verschiedene Technologien, sei es Robotik, Ingenieurswesen und ähnliches, dass wir dann neue Sachen bauen können und Gebäude optimieren können. Bei Terraforming gibt es also Terraforming, Biotech, Ingenieurswesen, Robotik, Physik, Sozial und Physik als nächstes. Was haben wir da? Extraktoren, Upgrade erhöht die Produktion um 25 Prozent, die Stromverbrauchung um 10 Prozent. So was in der Entriebe. Oder bei Robotik, der ferngesteuerte Transporter baut Ressourcen schneller ab und erhöht sein maximales Ladevolumen. Solche Geschichten. Hier läuft gerade tatsächlich noch eine Forschung von Biotech. Ein Wasserrückgewinnungssystem reduziert den Wasserbrauch innerhalb der Kuppel drastisch. Ja, da bin ich doch noch gar nicht. Aber die sind auch immer zufällig, die Sachen, die man hier kriegt. Das ist immer zufällig, man kann auch Sachen einreihen, aber man kann nicht einfach alles erforschen, was man will. Man braucht Forschungspunkte. Und ich habe 300 Standard durch einen Forschung pro Sol. Ich habe Standard durch einen Sponsor. Der gibt mir halt die Punkte und dann wenn ich hier drauf klick, wird dann hier mit der Zeit eben erforscht. Ja. Da können wir am Anfang noch nicht so viel machen, deswegen dachte ich, ich lasse es erstmal laufen. Jetzt haben wir schon die Betonproduktion. Das ist schon mal soweit so gut. Ne, Leertaste drücken, dann pausiere ich nämlich auch. Und jetzt sollten wir vielleicht nochmal ein paar weitere Sachen gucken. Folgendes, ich würde mal ein bisschen mehr Platz schaffen, weil aktuell habe ich ja nur diesen einen kleinen Sektor hier. Ja, und wir können mal die umliegenden Sektoren mit scannen, um Platz zu schaffen. Und dafür brauchen wir Folgendes, wir brauchen eine bei Infrastrukturen einen Sensorturm. Den packe ich einfach mal, ja, was soll ich sagen, einfach mal mit an die Seite irgendwie hier so. So, einen Sensorturm. Und wenn der jetzt gebaut wird, kann ich auch wieder Gas geben. So, Asyl 3, der dritte Tag beginnt, müsste die Sonne auch bald irgendwo aufgehen. Der dritte Tag beginnt, der Sensorturm wird jetzt auch hier gebaut und steht bereits. Das macht die Maschine ganz gut. So, und dann können wir hier mal jetzt den Sensorturm nutzen und scannen. Genauer gesagt, gehe ich mal in die Kartenübersicht und ich habe jetzt hier eine Orbital Drohne, äh, Orbital Sonde. Und da kann ich auf die klicken und einen Sektor, ja, scannen, wie gerade passiert ist. Jetzt habe ich hier den nächsten gescannt, auch mit neuen Vorkommen und so hatten wir jetzt hier daneben freigeschaltet. Dann würde ich aber den auch noch mitscannen und den auch noch mitscannen. Da ist jetzt eine Warteschlange drin und ich habe aber nicht so viele davon. Ich habe noch drei Stück. Soll das funktionieren? Früher oder später, also ist gerade im Scan drin, der wird sich wahrscheinlich gleich freischalten. Ähm, ja, Leute, 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 Leute. Dann haben wir jetzt hier drüben ein bisschen Platz und ich sehe hier Wasser. Hier ist eine Wasserquelle oder ein Wasserreservoir unterirdisch, da können wir einen Wasserextrakter drauf knallen. Hier hinten ist noch mal Beton, soweit so gut. Warum hat denn der, der, der Sektor hier nicht? Ah, ich muss die Sonne erst auswählen. So, war jetzt auch noch hier. Okay. Dann, äh, ja, hier gibt es verschiedene Sachen. Hier hinten gibt es Edelmetalle, noch mal Beton und hier ist eine Forschungsstätte. Erhöht die Forschungsproduktion innerhalb einer Kuppel oder einer außenliegenden Forschungsanlage. Das heißt, da kann man idealerweise Kuppeln drauf bauen. Hier ist auch noch mal so ein Ding. Forschungsboost um 20 Prozent und hier oben haben wir eine Anomalie. Die hilft auch bei, ähm, Technologien erforschen und da schicke ich mal den Rover hin. Ferngesteuerter Erkunder. So, der darf mal hier hoch, ups, nicht pausieren, der darf mal hier hochfahren und darf die Anomalie scannen und dann kriege ich wahrscheinlich auch hier eine, kann ich aber schleunigen, dass der da hinfährt, dann kriege ich wahrscheinlich auch hier eine, ja, eine neue Forschung, die sich freischaltet. Vielleicht eine neue Technologie, irgendwas wird optimiert oder verbessert und die gibt es wohl ein bisschen selten. So, dann scannt er die mal ein. Ja, scannen wir, scannen wir, scannen wir, da müsste auch gleich was aufploppen. Oh, er hat fertig gescannt, auch gut. Ähm, Forschung abgeschlossen, Wasserrückgewinnung. Okay, das ist nett und was Neues freigeschaltet. Hykroskopische Vaporatoren von Biotech. Upgrade für Feuchtigkeitsvaporatoren. Wassererzeugung um 50 Prozent erhöht, auch nicht schlecht. Und hier haben wir bei Robotik Drohnenhubs werden mit zwei zusätzlichen Drohnen gebaut und das Maximum an Drohnen wird auf 80 erhöht. Uff, das ist auch nicht schlecht. Es gibt auch Drohnenhubs, die kann man bauen. Aktuell werden die Drohnen ja zum Teil noch von der Rakete gesteuert. Wir können die mal wieder zurückfahren lassen. Aktuell werden die Drohnen von der Rakete, nee, nicht dahin fahren, fahr ruhig zurück. Moment, ich muss hier auch erstmal mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Ich bin es ungewohnt, nicht wie in Minecraft fliegen zu können, so easy. Ja, ähm, aktuell werden die Drohnen aber wir brauchen dann gleich noch einen Drohnenkommandeur, wenn wir die zurückschicken sollten. Hier ist auch Weinstein erreicht, ja, ist also sehr gut, die ganzen Informationen. Keine aktive Forschung, was forschen wir denn? Äh, Treibstoff wäre ganz gut. Kann ich sogar draufklicken. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe da nur 300 Punkte hier drüben. So, dann lassen wir mal hier als nächstes das erforschen, ja, und dann als nächstes, ähm, ja, keine Ahnung, was haben wir denn noch? Forschen durchs Sponsum 100. Nehmen wir das als nächstes. So, jetzt habe ich die mal oben drin, ich hoffe mal, das nervt nicht. Habe ich doch gerade geguckt. Forschung ist sonst nicht geöffnet. Ich habe jetzt genau, Drohnensparen und Magnetfilterung. Hatten wir schon gesehen. Gut. Da haben wir das Enddings auch fertig. Lagerbestand, niedrige Ressource. Ja, mir fehlt übrigens Terraforming-Einführung. Um Terraforming auf dem Mars zu betreiben, erdliche Umwelt für die Ersiedler zu schaffen, musst du nach vier globalen Terraforming-Parameter erhöhen. Atmosphäre, Temperatur, Wasser und Vegetation. Terraforming ist ein langer Prozess, aber sobald er abgelöst ist, können die Menschen außerhalb der Kuppeln leben. Uff. Beginne, wenn du bereit bist, indem du eine Terraforming-Technologie erforschst. Ja, ich dachte, dazu kommen wir erstmal noch nicht. Das wird später kommen. Am Anfang werden die Menschen dann noch in Kuppeln leben. Das hatte ich euch ja schon gezeigt. und später wird es so sein, dass die wohl auch außerhalb von Kuppeln leben können, einfach weil Terraforming voranschreitet. Man sieht doch jetzt hier, wie der Boden schon so ein bisschen abgegrast wurde. Hier ist so eine kleine Furche entstanden. Das ist ganz nice. Dann machen wir als nächstes mal weiter mit einer nächsten Sache und zwar Wasserextraktoren. Wir können Wasserextraktor hier draufpacken. So. und dann sollte hier ab sofort Wasser gefördert werden, denn das gehört auch als mit zur Grundressource dazu. Und es ist schon mal gut, dass wir das gefunden haben. Hätte ich keine Wasserquelle gehabt, hätte ich eine Oh, hier haben wir uns auch noch was. Unterirdische Metalle. Okay, da kann ich schon mal Eisen abbauen mit einem Metallextraktor. Hätte ich jetzt hier kein unterirdisches Wasservorkommen gefunden, hätte ich wahrscheinlich einen Vaporator gemacht, der das aus der Luft rausfiltert. Kommt aber, glaube ich, nicht so viel zusammen. So, dann haut doch mal hier diesen Wasserextraktor hier vor. Der wird wieder ganz fleißig herangefahren mit Beton und so. Das wird gebraucht. Ja. Und ich würde auch Folgendes mal vorschlagen. Wir können doch jetzt mal, boah, wie die Zeit hier vergeht, da auch mal wieder Strom anschließen. Und ich brauche jetzt die großen Windräder, weil wir ja genug Beton haben. Ich setze mal ein großes Windrad daneben. Das müssen wir auch direkt hier anschließen. Und wir können einen Zwischenspeicher machen, auch von Wasser, einen Wasserturm. den packen wir mal ein kleines bisschen daneben, würde ich sagen. Und wir verbinden ihn mit Rohren. Und hier gibt es immer so feste Punkte, wo man dran verbinden kann, von wo nach wo. Und ihr seht ja, hier ist so ein Pipe-Symbol. Müssen wir zum nächsten Pipe-Symbol halt gehen. Und dann, wenn das Gebäude fertig ist, hier, und auch die Rohre dann gebaut werden, dann verbindet sich das. So, jetzt hat ihr schon mal das, okay, das Windrad dreht sich, alles klar soweit. Der Wasserextrakt ist am Arbeiten. Und hier wird es dann zwischengelagert, sofern halt die Rohre dann fertig sind. Genau. Es gibt übrigens auch Schichten. Das heißt, die Gebäude können in drei Schichten, aber in erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht, also von 6 bis 14 Uhr, von 14 bis 22 Uhr und von 22 bis 6 Uhr. Und wenn die alle an sind, arbeitet das Gebäude rund um die Uhr. Das hat auch vielleicht was mit Stromzeiten zu tun, weil nachts funktionieren die Solarzellen ja nicht, dass man die dann ausstellt. Und, ja. Gut, übrigens, oh, hier sehen wir noch was. Der, das, das, das Beton, die Betonproduktion, die sorgt dafür, dass hier Gesteinsanfälle rauskommen. Und die Roboter legen die auch zur Seite und schmeißen die halt hier hin. Da können wir eine Mülldeponie bauen, dass sie die wegtransportieren. Zum Thema Lager, eine große Mülldeponie einfach. Benötigt keine Bauressourcen, deswegen können wir direkt was Großes machen eigentlich. So, ich würde die mal ein bisschen weiter weg von der City oder so machen. Mülldeponie irgendwo in die Pampa. Zweit von einem Drohnen kommen wir dann entfernt. Einfach irgendwie so an die Unterseite, hier so drunter. Ja, dann ist da jetzt die Mülldeponie und da schmeißen die alle Steine hin. Und wenn eine Drohne gerade keine aufgearbeitet, wie die auch hier hinfahren, jetzt einfach den Stein oder den Abfall dann da drauflegen in einem Haufen. Das war auch schon mal ganz nett. Ja, Leute, wir haben dann hier eine funktionierende Wasserproduktion am Start. Hier drüben seht ihr auch, wie der Wasserstand dann langsam steigen sollte, denke ich mal, wenn die nächste Fuhr durchkommt. Die Blauanzeige, ein bisschen was ist schon im Tank drin. Ja, das sieht schon mal super nice aus. Wir haben dann jetzt hier vorne unsere Betonproduktion schon am Start. Sonnenkollektoren, braucht zum Glück noch keine Wartung. Sieht aber auch schon mal sehr, sehr nice aus. Unten auch ein Windrad, unten so ein Sensorteil, so ein Sensor-Turm, damit wir theoretisch noch weitere Gebiete scannen können. Leute, wir werden so ganz, ganz langsam hier aussehen. Hier wird alles so komplett anders aussehen. Hier wird wohl noch geteraformt werden am Ende, Menschen, die in Kuppeln leben und vieles mehr. Das seht ihr dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Hier übrigens Metallspeicher. Holy, die Metallspeicher. Wir sind ja richtig, richtig rich an Metall hier. Sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Wie es weitergeht, seht ihr dann in einer weiteren Folge, würde ich sagen. Denn wir sind schon ziemlich, ziemlich lang mit diesem Video. Und gegebenenfalls sieht man sich im Livestream oder wie auch immer. Ich werde auch Folgendes machen. Bis dann, das Kachen und ciao, ciao.